Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu meinem Zimmer, zu meiner Zimmer-Room-Tour sozusagen. Viele haben sich's gewünscht und ja, diesmal ist es soweit. Und deswegen fangen wir auch direkt an, und zwar mit dem Hintergrund, den ihr kennt. Wegen dem Analysen-Stream allein deswegen. Und ja, wie gesagt, was kann man hier zu diesen Sachen sagen? Einmal hier mein erstes Kölner Trikot, was ich hier bekommen habe, als ich FC-Fan wurde von meinem Vater. Und deswegen ist das auf jeden Fall ein Bestandteil, der immer im Stream zu sehen sein wird. Dann einmal hier Anthony Modestas Trikot. Einmal hier Timo Horn, das habe ich im Übrigen zum Geburtstag geschenkt bekommen, zum 15. Und das hier ist ein Trikot von meiner Schwester. Schöne Grüße dahin. Und ja, das ist ein Trikot von meiner Schwester. Wir machen weiter mit dem Schrank, mit einer Vitrine sozusagen. Hier haben wir einmal dann, hier sieht man den Otto Walkes mit, auch hier Luke Mockwitsch. Hier sind so verschiedene Sachen, sag ich mal, die ich sammle. Dann hier meine Pokale, die ich durch Tennis oder auch durch Fußball, hier ist auch ein Fußballpokal mit dabei. Hier der 1. FC Köln, auch da vertreten. Hier auch zum Beispiel Perlid Barski, der frührige Kölner. Und hier unten ist dann sozusagen, hier ist Mittenwald. Ich war mit meinen Großeltern immer in den Bergen. Und hier sozusagen Nordsee, da war ich mit meinen Eltern immer. Und genau. So, wir machen direkt weiter mit dem Hennes. Da tun wir mal gerade die Weihnachtsmütze runter. Den habe ich genau da geholt, wo ich sozusagen im Urlaub war. Im Norden war der. Und da habe ich mir dann im Training, hier steht es auch, die Session 17 und 18 war es. Da habe ich sozusagen mir die Unterschriften drauf machen lassen. Und seitdem ist der auch Bestandteil in meinem Zimmer. Dann tun wir die Weihnachtsmütze wieder drauf, damit der ein bisschen weihnachtlich geschmückt ist sozusagen. Und wir machen direkt weiter. Hier ist zum Beispiel ein Bild, was euch schon öfters mal aufgefallen ist. Ja, das habe ich selber gemacht. Auf dem Lehrgang war das. Und ja, so viel dazu. Dann hier das Stadion. Das werdet ihr auch im Stream öfters mal gesehen haben. Das ist immer dann an. Klar jetzt bei dem Vorstellungseffekt ist es natürlich auch an. Aber sonst ist es immer nur an, wenn ich auch live kommentiere und die Spieler live oder zu Hause sind sozusagen. Ja, hier sind so zwei Urkunden vom 1. FC Köln. Was kann man dazu sagen? Gut, da habe ich mal den Schneemann gebaut. Also so einen Schneehennis. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Und da habe ich dann eine Unterschrift von Lukas Podolski und von Michael Rensing bekommen. Das waren früher meine Lieblingsspieler beim 1. FC Köln. Die Lieblingsspieler sind mittlerweile jetzt hier. Also ihr seht schon, ich habe einige Lieblingsspieler mittlerweile. Klar, manche sind schon gar nicht mehr beim 1. FC. Aber da dieses Jahr gar keine Saisoneröffnung war, konnte ich halt keine neuen Autogrammkarten holen. Ja, hier sieht man direkt, erstmal hier, das ist meine Ordensammlung von 1999 bis, oder dann fängt es wieder an, von 2014. Hier der Ordeneimer. Und dann geht es runter bis 2021. Ja, hier dieses Logo habe ich selber gemacht, aus Laubsäge, als ich noch etwas kleiner war tatsächlich. Und ja, viel kann man dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Klar, am Ende habe ich, oder relativ am Schluss, das habt ihr ja auch noch mitbekommen, habe ich dann hinten eine LED-Leiste noch dran gemacht. Somit, ich finde das sieht nice aus, muss man wirklich sagen, auch das Rot, weil der Hintergrund ist weiß, Rot-Weiß. Ihr wisst, was ich meine, das ist der FC und das sind die FC-Farben oder die Köln-Farben und das passt natürlich sehr, sehr gut. Dann der Willi, der Trompeten-Willi von Schalke war ja auch hier und das hat er hier natürlich auch verewigt. Und ja, wie gesagt, da sind auch noch ein paar andere Leute dabei, der Buschmann zum Beispiel, meine eigene habe ich auch dahin gehangen. Mann bin ich abgehoben, nein, aber Wumms-Sport zum Beispiel, mit denen ich Kontakt habe und auch mit zwei Kölsch habe ich ebenfalls Kontakt. Und die haben mir auch einen Bierdeckel mit ihren Unterschriften drauf mir geschickt. Ja, und hier sind so ein bisschen meine Wimpel, die ich so in den Jahren so gesammelt habe sozusagen. Und genau, da oben ist noch ein Schalke-Wimpel, auch mit Willis Unterschrift sozusagen drauf. Hier ist noch ein Stern, äh, nee, nicht ein Sternfänger, sondern wie nennt man die nochmal? Ähm, weiß ich nicht. Ist egal. Ähm, ja, hier ist mein Radio, oder eher gesagt CD-Player, weil ich sehr, sehr gerne abends, ähm, CD höre. Ähm, ja, habe ich mir so angewohnt und, ähm, so ist es eben geblieben. Ähm, hier unten könnt ihr sehen am Bett, da ist übrigens mein Hund, hallo. Ja, der ist müde, deswegen schläft er gerade. Ähm, hier unten habe ich auch am Bett, das habe ich mir ein bisschen von einem YouTuber abgeguckt. Viele werden es vielleicht kennen von, äh, Monte, der hat das nämlich genauso. Ähm, und ich fand das so nice, dass da so der Fußboden damit beleuchtet ist am Bett. Ähm, ja, habe ich das dann einfach mal nachgemacht. Schöne Grüße, falls er das sehen würde, wird er eh nicht, aber schöne Grüße erstmal. Ja, kommen wir zu meinem Gaming-Setup. Da, wo ich meistens immer sitze, den Sessel kennt ihr ja auch. Das ist, äh, von Maxnomic ein Gaming-Sessel oder ein Gaming-Stuhl, eher gesagt. Und, ähm, ja, wir tun mir an den Stuhl gerade weg. Und dann, ähm, könnt ihr hier auch mal gerade meine Tastatur von Hyper und hier von Rocket, meine Maus. Ähm, ja, das sind halt meine Bildschirme. Hier im Übrigen mein YouTube-Account oder Kanal, eher gesagt. Ähm, vier Follower habe ich da schon, also, oder vier Abonnenten heißt es ja da. Hier ist einfach mein Rode-Mikrofon. Ähm, ja, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden mit bis jetzt. Also, mach das, was das machen soll. Und, ähm, nee. Und hier ist dann ein Monte-Poster. Viele haben mich ja gefragt, ob ich Monte-Fan bin, weil ich hier ein Monte-Poster oder auch manche Autogrammkarten von Monte habe. Tatsächlich ist das alles nur dann entstanden, als, ähm, ich, ja, wie gesagt, als, ähm, dann auch so eine Aktion im Shop war. Und ich finde persönlich seine Klamotten sehr, sehr nice. Also, muss man wirklich sagen, die passen sehr, sehr gut und, ähm, sehen auch nicht schlecht aus. Deswegen habe ich mir das geholt und deswegen kam dann halt das hier halt dann mit dazu. Aber ich finde auch das Logo, wie gesagt, das, ähm, sagt mir zu. Und, äh, get on my level, komm auf mein Leben, heißt das. Oder komm auf mein Level, eher gesagt. Ähm, finde ich schon, äh, sehr nice. Ja. Jetzt kommen wir, hier seht ihr auch die, äh, Anzeigetafel zusammen. Meistens ist das ja, äh, nicht Gaming-Ecke. 1. FC Köln. Sondern meistens stehen dann, ja, die Begegnungen drauf. Ähm, aber das ändere ich immer, ähm, relativ. Genau. Ja, mein PC, mein Gaming-PC, nix Besonderes. Ähm, tut auch das, was er tun soll. Und, ähm, ne, das ist auf jeden Fall in Ordnung. Hier sind so meine Controller. Meine, ich habe keinen Xbox-Controller, weil es jetzt... Also, es ist ein Xbox-Controller, aber ich zock den tatsächlich für den PC oder benutze den für den PC. Ja, auch hier sind wieder LEDs verbaut. Oder was heißt verbaut, habe ich mir drauf machen lassen. Sozusagen, ne, rundherum. Klar, die Farbe lässt sich jetzt streiten. Ich habe jetzt einfach mal grün genommen, damit das, ja, einfach damit es leuchtet, ne. Ja, ähm, was kann man noch sagen? Hier sind halt verschiedene Autogrammkarten noch von verschiedenen YouTubern, ähm, oder Streamer. Und, ähm, ja, wie gesagt, so auf der Gamescom trifft man mal den ein oder anderen. Und dann nimmt man halt die, äh, ja, die Karte mit, sozusagen. Und, ähm, viele wissen ja auch, dass ich, äh, Clash of Clans sehr, sehr gerne spiele. Und, ähm, da habe ich auch so ein paar Sammelstücke, sozusagen Sammelfiguren von Clash of Clans, die die Clash of Clans spielen, werden es sehr wahrscheinlich, ähm, ja, wissen, was es ist. Und, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich zeige euch jetzt was, worauf ich sehr, sehr stolz bin, dass ich es, äh, mittlerweile mir gegönnt habe, sozusagen. Wie sagt Monte, so schön immer, G steht für Gönnen. Und, äh, das habe ich dann auch mal. Und zwar von Harry Potter, ich bin ein riesen Harry Potter Fan. Hier einmal eine komplette, ja, sozusagen eine komplette, ein komplettes Regal. Nur mit Harry Potter Artikeln von Elbenwald, ähm, ja, mit Hedrick, Dobby, Basilisk, äh, der ungarische Hornschwanz, äh, Seitenschnabel, Dementor, Phönix, Nagini, die, äh, Schlange von Lord Voldemort. Und, äh, ja, so viele verschiedene Charaktere, die die Harry Potter kennen, werden wissen, was das für Charaktere sind. Hier einmal der Hogwarts Express, mit denen die Schüler nach Hogwarts gekommen sind. Den kann man auch hier bewegen. Und, äh, ja, wie gesagt, das ist so ein Plateau, ist das halt. Und, ähm, hier dann einmal der, ja, ich nehme den gerade mal runter. Also, der ist relativ schwer. Der Feuer, also, das ist nicht der Feuercatch, sondern der Trimagische Pokal von Harry Potter, Teil 4, sozusagen. Und, ähm, ja, bin ich schon sehr, sehr stolz drauf, weil früher, als ich immer klein war, wollte ich immer diesen Pokal haben. Und, äh, ja, seit Neuestem habe ich mir den dann, ja, gekauft. Hier einmal auch Zauberstäbe, hier ist einmal von Harry Potter. Also, das Original, der originale Harry Potter Zauberstab, sozusagen, wie er auch im Film benutzt wurde. Auch von Ollivander, die Edition, also so in der Kiste lag der auch dann drin. Hier sieht man einmal schön, kann man sehen, ne, das ist der originale Zauberstab von Harry Potter. Und, damit ich euch das auch gerade noch zeigen kann, ähm, so, wieder zu. So, gerade vorsichtig machen, damit nichts runterfällt oder kaputt geht. Das wäre doof. Und zwar einmal hier, falls es euch noch interessiert, hier ist nochmal auch der gleiche, nicht der gleiche Zauberstab, aber die gleiche Kollektion auch von Ollivander, auch original, ähm, von Harry Potter. Hier sieht man auch mal das Echtheits-Effifikat. Und hier ist natürlich der Dumbledore-Zauberstab, der Elderstab von Albus Bryan Dumbledore. Ja, wie gesagt, bin ich sehr, sehr stolz drauf, auf diese Ecke hier. Ähm, man kann gerade auch nochmal ein bisschen näher rangehen, damit man einfach nochmal so die verschiedenen Sachen sieht. Auch dahinter habe ich natürlich LEDs verbaut, sodass man auch nochmal gerade jetzt, wenn man hier näher ran seid, ähm, ja, nochmal gucken könnt, ja, was auch im Hintergrund ist. Also auch im Hintergrund, das finde ich mega cool, dass man auch im Hintergrund so die verschiedenen Szenen, wo die halt auch waren, hier der Hornschwanz zum Beispiel, ähm, bei, äh, ja, in der Nähe von Hogwarts, ne, dann hier das, äh, Basilisk bei Salazar Slyvinskopf und, äh, Dobby, da wo er auch frei wurde, sozusagen zum freien Elf. Und, ja, wie gesagt, das sind Kleinigkeiten, aber da, äh, ergötze ich mich jedes Mal dran, sozusagen. Und hier oben kann man auch nochmal sehen, hier, das habe ich auch alles selbst gemacht als Maler. Ähm, das ist sozusagen eine Spachteltechnik und, ähm, da habe ich dann sozusagen, ne, ja, ein FC-Logo gepresst, sozusagen, auf lösemittelhaltiger Basis und dann habe ich mir bei den, oder bei der Saisoneröffnung wieder, äh, Unterschriften machen lassen. Das Gleiche ist auch hier, da habe ich auch von der Saison 19-20 auch jeweils, ähm, ja, Unterschriften aufs Training geben lassen. Ja, ansonsten kann man nicht mehr viel sagen. Hier ist halt noch der Weihnachtsbaum, ne, hier sind so die zwei Hännesse, die ich auch ab jetzt immer anhabe im Spiel. Und, ähm, genau, ja, wie gesagt, was kann man noch sagen? Hier sind halt noch Orden von meiner, von meiner KG, sozusagen, oder was heißt von meiner KG, aber aus dem Ort, wo ich komme, halt, sind so meine, die Orden, die ich so bekommen habe, sozusagen. Hier die Fahne sind von, äh, Klüngelköp unterschrieben worden, sowie hier die Fahne von Brings und hier die Fahne von Kasala. Ja, ja, sonst, was kann man großartig noch sagen, bis auf, dass der Schal jetzt gerade runtergekommen ist, ähm, das musste ich sagen. Ähm, ja, bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde am besten, am liebsten das Video mit hier diesem Highlight beenden, weil, wie gesagt, das ist wirklich mein Liebst, äh, ich finde dieses Regal einfach total cool. Und, äh, setzt auch gerne davor und guckt mir einfach die Sachen an. Klingt hobbylos, mir macht's aber Spaß. So, alles klar, schreibt gerne eure Meinung zu meinem Zimmer in die Kommentare. Findet ihr mein Zimmer cool? Sagt ihr, äh, das fühle ich überhaupt nicht oder das würde ich anders machen? Ja, schreibt's, wie gesagt, gerne in die Kommentare und, äh, lasst gerne Feedback da. Lasst auch gerne ein Like und falls ihr mir noch nicht folgt, auch ein Follower da. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao.